Der 10. Erdpark geht zum ersten Mal auf einer Kreuzfahrt. Sie haben aber etwas Feindes gegessen, ein Glas eintrunken. Dann ist sie zu bedürfnig, dass wir noch etwas an die frische Luft kommen. Sie haben das gemacht, sind aber auf dem Dach gelaufen, ein bisschen der Ehrling entlang, wo es mal schon war, und die Frau hat das Gleichrecht verloren, fällt über die Ehrlinge aus wie das Meer und bägt in voller Lautstärke. Hans, der Ring, Hans, der Ring! Da hat er gesagt, oh, der hätte ich fast vergessen. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Euer vermagter Wohnungen, mein Name ist Markus Gerber.